hallo heute am 25 12 2022 um kurz nach 9 geht es um das letzte video für dieses jahr nämlich um eine neon gleichrichter röhre für 3000 volt diese röhre ist in der originalverpackung sie ist schon gebraucht das ist die originalverpackung für diese röhre gibt es nur sehr wenig dokumentation sie wurde wahrscheinlich eingesetzt in sendern für u-boote ja schauen wir uns die röhre mal an und versuchen sie zu testen auch hier gilt ich habe sie noch nie getestet und schauen mal was passiert das ist die verpackung der röhre die röhre selbst wurde wahrscheinlich militärisch genutzt in sendern von u-booten es gibt leider keine gute dokumentation also ich habe keine gefunden ich weiß auch nicht die genaue typenbezeichnung was auffällt ist die typische verschnürung aus den 40er jahren 30er 40er jahren wie damals akten verschnürt wurden der vorbesitzer hat die röhre etwas unsanft geöffnet das ist der deckel die röhre ist eingelegt ich weiß jetzt kommt wieder der dis wegen handkamera und so weiter auf jeden fall so sieht die röhre von innen aus also die verpackung man sieht es ist ein holz mit holz stabilisiert und mit pappe ausgelegt mit stabiler pappe die röhre ist kopfüber eingelegt die röhre kommen wir gleich dass ich wie gesagt die besagte verpackung verpackung das ist der deckel und wie gesagt die röhre wurde mal etwas unsanft geöffnet schade eigentlich weiterhin war dabei unter anderem eine prüfkarte von meinem telefonischen prüffeld ich hoffe dass es mit dem fokus funktioniert es steht zwar eine typenbezeichnung drauf aber ich kann es ehrlich gesagt nicht lesen das ist eine schlimmere sauklaue als meine die typen die nummer der röhre stimmen überein mit der röhre selbst das prüfdatum ist irgendwann der erste zwölfte irgendwann vom irgendwas wahrscheinlich ob es prüffeld heißt weiß ich nicht auf der rückseite ist doch ein stempel von der bundeswehr und ich denke mal dass es ein euro zeichen ist das heißt der vorbesitzer muss sie irgendwann mal für 380 euro gekauft haben ich muss jetzt ehrlich dazu sagen ich weiß nicht wie viel ich damals bezahlt habe in welchem batch die röhre drin war aber die ist schon sehr lange in meiner sammlung insofern nehme ich das mal den preis so hin und schauen wir uns jetzt mal die röhre selbst an so so sieht die röhre aus die röhre hat einen edison sockel wie fast alle oder sehr viele gleichrichter röhren der grund weshalb man damals den edison sockel eingesetzt hat war unter anderem der es war einer der ersten sockel die in der lage waren eine größere menge von strom sicher zu übertragen also einen sicheren kontakt herzustellen die röhre ist ausgelegt für 3000 volt hat somit zwei anodenärmschen mit grafit anoden ich versuche mal einer der anoden zu zoomen die andere anode sieht natürlich identisch aus da es eine zweite gleichrichter röhre ist das hier ist die heizung also somit auch die kathode weil die röhre ist natürlich direkt geheizt von der emissionsschicht ist schon ein bisschen was abgebröselt wie gesagt die röhre war oder man sieht dass die röhre schon in betrieb war die keramik die den heizfaden hält ist schon ordentlich geschwärzt also sind schon ein paar betriebsstunden drauf das ist der quetschfuß der röhre man sieht hier die durchführung in die anodenarme das ist der pumpstutzen in diesem fall am kopf der röhre auf ebay würde jetzt heißen mit spitze was dann den preis ordentlich nach oben drückt das ist natürlich auch der wichtigste punkt die typenbezeichnung wie gesagt es steht drauf 3000 volt seriennummer ist 37229 maximal 1 ampere und heizspannung maximal 1,8 volt der edison socker ist nichts besonderes so bleibt nur noch der moment der wahrheit nämlich dieser hier und da gehen wir jetzt hin so wir sind am neuberger es muss ein bisschen improvisiert werden zum einen mal die röhre selbst so ich hoffe das reicht noch für das bild kurzzeitig ich brauche wie gesagt die heizung in diesem fall nutze ich die stifter 1 und 3 den nörberger tue ich umkonfigurieren von stellung v auf stellung g für gleichrichterröhre hier wird ein kleiner vorwiderstand eingeschaltet da es sich hierbei um eine gasentladungsröhre handelt den messbereich vom instrument lasse ich auf 300 milliampere ja jetzt sind wir noch die anoden anschließen nämlich anode 1 und anode 2 das ist anode 1 und das ist anode 2 und die anoden selbst versuche ich jetzt über klemmen anzuschließen so ich hoffe es ist alles im bild so steht alles auf 0 auch die heizung so die heizung scheint zu funktionieren die kontrolllampe ist an ich versuche mal die 1,8 volt heizspannung einzustellen ich gehe mal in den 2 volt bereich auf 1,8 volt und starten wir mal das instrument fällt das heißt es fließt strom ich versuche jetzt die 1,8 volt wieder anzupassen es passt nicht weil die strom ist zu stark ich gehe einen bereich weiter auf die 2,5 volt der messbereich ist jetzt bei 4 volt ich versuche jetzt die 1,8 volt anzustellen ok 1,8 volt heizspannung der neuberger brummt etwas also sprich es fließt strom ich sehe keine wärmerhitzung also kein glühen des heizfadens ich mache das licht aus also man sieht nichts das andere brummen ist gerade die waschmaschine die schleudert ich weiß nicht ob es in der kamera hört gut ich gehe mal durch auf die anode auf den röhrentest und gebe mal anodenspannung auf die röhre man sieht ein glühen man sieht ein glühen ich hoffe in der kamera sieht man es hier sieht man ein glühendes kathodenmaterial die röhre braucht anscheinend eine zeit um aufzuheizen ich bin jetzt bei 250 volt an notenspannung ich bin jetzt bei 250 volt an notenspannung das passiert nicht wirklich was es hat gerade geblitzt denkst die röhre sind was ist es hat Es kann sein, dass entweder der Neuberger zu wenig Spannung liefert, also man sieht die Röhre zündet sporadisch. Ich gehe mal auf das zweite System oder versuche das zweite System zu. Ja, es funktioniert auch. So wie gesagt, ich habe kein Datenblatt für die Röhre. Ich weiß also nicht, was die minimale Annotenspannung ist. Der Neuberger ist jetzt bei allem was er hat, also knapp 520 Volt. Die Röhre kommt so langsam. Das ist das zweite System. Die Röhre ist wie gesagt mit Neon gefüllt. Und wie gesagt mangels Amperemeter kann sich nicht einigen, weil es nur geblitzt wird. Aufgrund mangels Datenplatz kann ich jetzt nicht sagen, ob die Röhre funktioniert oder nicht funktioniert. Auf jeden Fall, die Neonfüllung scheint noch intakt zu sein. Die Heizung funktioniert und die Röhre zündet bei knapp 520 Volt sporadisch. Was man natürlich dazu testen kann ist, ich halte jetzt mal runter. Was man jetzt mal testen kann ist, dass ich den Schutzwiderstand für die Gleichrichterröhre umsetze, also wegschalte auf den normalen Röhrentest. Und jetzt versuche ich die Röhre mal mit etwas längeren Spannungen zu betreiben. Ich bin jetzt bei 50 Volt. Ohne Vorwiderstand fließt jetzt natürlich mehr Strom. Das heißt, vielleicht habe ich jetzt mal die Chance ein IOL einer Röhre live und Kamera zu machen. Der Blitzer war jetzt hier bei 250 Volt. Scheint sich wohl nicht zu ändern. Ich bin jetzt bei 350 Volt. Ja. 450, 500 Volt. Ich versuche noch die Kathode ins Bild zu bekommen. So, ich habe versehentlich auf Stop gedrückt. Aber ich habe mein IOL bekommen. Das Umschalten auf den Normalmodus, also Modus V statt G für Gleichrichter hat den ersten Blitz, hat dann die Sicherung meines Multimeters geblitzt. Die habe ich gerade noch ausgetauscht und insofern sollte jetzt der Neuberger wieder funktionieren. So, ich bin jetzt mal wieder. So, ich bin jetzt mal wieder. So, ich bin jetzt mal wieder. Wie gesagt, die Röhre zündet sporadisch, weil nicht genug Annotenspannung vorhanden ist. Da ich kein Datenblatt habe, kann ich auch nicht sagen, wo der exakte Zündpunkt ist. Der ist dann bei Gas-Entladungsröhren immer sehr launig und irgendwo. Mit dieser Lightshow wünsche ich allen einen guten Rutsch nach 2023. und wir sehen uns wieder wahrscheinlich in der zweiten Januarwoche. Also, bis dann!